Heiho! Es geht weiter mit Let's Play! Tales of Symphonia! Beim letzten Mal haben wir die Reads bekommen und jetzt sind wir hier, um 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 Hellpire zu lernen Oh yeah! Äh, eigentlich um Colette zu retten. Wurden allerdings von Drachen angegriffen. Und ich hab keine Taste frei für Hellpire, das ist sehr schlimm, denn ich liebe Hellpire. Ähm... Zauber ich? Eigentlich nicht, ne? Kann ich mir merken, dass ich ein Hellpire auf die Schultertaste gelegt habe? Ich nutze nie die Schultertaste! Also, nur eigentlich zum Zaubern. Nicht wenn ich... Okay. Okay. Ich... Aua. Ich krieg das hin. Hellpire! Wuh! So. Ich hab mir dann einen Babydrachen gescannt, aber die haben mir gleich viel... Ich weiß auch gar nicht, kommen die Kleinen wieder, wenn ich sie töte. Also kommen dann neue kleine Drachen. Ähm... Ah! Uh, das war knapp. Habe ich da hinten den Blade und Photon? Yes! Oh yeah, Baby! Das war cool. Okay. Äh, ich hoffe, ich kann die Kleinen wegmachen und mich dann in Ruhe auf den Großen konzentrieren. Konzentrieren. Oh oh. Apropos auf den Großen konzentrieren. Ähm... Rain, wie wäre es mit Resurrection? Gut gemacht, Rain. Okay. Ich heile mal eine Runde. Oder auch nicht, weil da ein Drache auf mich zukommt. Ich heile mal eine Runde. Whee! Der große Auserwähl ist egoistisch und heilt sich selbst. So. Vielleicht heile ich auch noch Rain. Sehr gut. Du hast mich sehr wiederbelebt. Oh, okay. Dann heile ich auf die alten Mochi langweiliger Art und Weise, indem ich einmal Energy-Tabletten rauswerfe. Blup! So. Okay. Aua. Wir müssen den kleinen Drachen erredigen. Habe ich euch auf offensiv gestellt. Ich habe euch auf offensiv gestellt. Okay. Dann verhalte euch der gute Offensiv. Und, ah, gut. Drachy down. Okay. Hey, du. So. Dann... Oh. Okay. Oh, das war nicht unser Erdbeben. Okay. Gut zu wissen. Stimmt. Ich habe Geneste gar nicht dabei. Ich dachte, ich hätte das sein können. Hier hätte ich auch so ein bisschen Erd abtacken. Ah. Machst du das immer, wenn du die Seiten wechselst, du fieser Drache? Hm? Machst du das, wenn du die Seiten wechselst? Dann werde ich nicht rüberrennen, wenn du verschwindest, sondern abwarten. Mhm. Weckst du so aus, wenn ich das nämlich schlau? Rennt nicht einfach in Erdzaubereien. Ja, ja. Ja, oh. Moment. Ja, ja. Warten. Jetzt rüber. Ha. Ha, ha, ha. Ich kenne dich nicht mit dem großen Zelos an. Das bist du, Zelos. Ah, Regal hat Kampfkünstler erhalten. Und den Fischeidung vermasselt. Ich kenne dich nicht. Ich kenne dich nicht mit dem ganzen Welt. Vielleicht bin ich, wie Rodile gesagt hat, ein schlauer Schlauer. Nein, Colette. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Du hast nichts falsch gemacht. Was falsch ist, ist dieses System, die die Verkaufung des Schlauers. Ah! Prisea! Oh, danke. Whoa! What's up with the ground? We have to get out of here! Lloyd, I... Kalash, you have to live! I... I know. Is everybody okay? I'm still alive. Looks like everyone's alright. But for what purpose did that Rodile kidnap Colette? He said he needed a Crucious Crystal in order to control the mana cannon. But apparently, mine didn't work. Mana cannon? Pietro, the man we saved in Haima, also spoke of this mana cannon. Prisea's waking up! Colette, are you okay? Yes, thanks to you. Prisea smiled! She resembles her. Just as I thought. Okay then. Now that my cute little Prisea smiled... It's a good time to start thinking about the next step. Yeah, we got Colette back. So what now? What else? We're going to separate the two worlds. So we're going to form Pax with the Summoned Spirits of both worlds. Well, this is where I come in, right? How about we start with the Summoned Spirits? No. He should be near here. Alright, that sounds good. Professor? Is that okay with you? What? Um, yes, sure, that's fine. Professor, is something wrong? It's nothing. Anyway, let's get going. Ja. Yo, yeah! aus, Jungs. Ich habe dieses köstliche Mahl zu bereisen. Von mir aus. Hauptsache, du bist still und gehst. Hey, du Rotzlöffel. Ich habe dir gesagt, das sollst du mich nicht so nennen. Deine dritte Antwort ist falsch. Ich sage, das sei still, damit du es nur weiß sein, dass du... Oh, hä? Du hast recht. Wie sagt man? Klug ist jeder. Der eine früher, der andere jetzt. Wow. Er kennt sich sogar bei Sprichwörtern aus. Ja, davon abgesehen, dass er es falsch zitiert hat. Ah, Salos ist auch klug. So, das hier ist der Erztempel. Ich gucke mir jetzt ganz genau, wo er ist. Und wenn ich kurz reingehe und dann rausgehe, müsste er auf der Karte sein, oder? Lehrgangsbester. Von nun an wird sich Salos um euren Mathematikunterricht kümmern. Was? Dieser Typ? Er war jetzt auch nicht wirklich unser Lehrer. Hey, hey, hey. Unterschätzt mich nicht. Ich war der Beste meines Lehrgangs am königlichen Forschungsinstitut. Nein. Auf keinen Fall. Ich kann nicht glauben, dass Salos klüger und intelligenter sein soll als ich. Und jetzt erwärt er mich Professor Salos nennen. Das ist ein Albtraum. Das kann nur ein Albtraum sein. Aha. Naja, Salos ist halt auch ein bisschen älter als du, Genis. Dann kann es doch sein, dass er ein bisschen mehr weiß. Aha. So, Professor Salos verlässt den Erd-Dungeon wieder. Niemand darf es wissen. Irgendetwas scheint mit mir nicht zu stimmen. Wie? Hast du was gesagt? Nein. Es ist nichts. Wenn dir was auf der Seele brennt, sag es uns. Es ist nicht gut, alles mit sich allein abzumachen. Danke. Vielen Dank, Lloyd. Wirklich. Aber das ich kann es niemandem sagen. Ich kann niemandem erzählen, was mit diesem Körper geschieht. Colette! Ah, ich dachte, die Faser haben wir hinter uns. Okay. So. Wir suchen den Knopf für die Riads. Da ist der Knopf für die Riads. Fliegen ein bisschen durch die Weltgeschichte. Denn jetzt können wir fliegen. Das heißt, wir können an viele Orte, an die wir vorher nicht konnten. Das heißt, wir werden jetzt garantiert keinen Dungeon machen, nachdem wir gerade Dungeon von Frostcamp ohne Ende hinter uns haben. Wo ist die Stadt? Da ist die Stadt. Hallo Stadt. Jawohl. Die Stadt des Winters. Flanoir. So. Was ist Flanoir? Die Stadt des Winters. Die... Die Stadt ist berühmt für ihre... ihren Schnee, ihre Astpraxis und ihren Tempel. Okay. Dann müssen wir mal kurz angucken müssen. Oh. Hund. Moment. Moment. Hund. Oh, da fällt mir ein. Erstens mal... Oh, der hat mitgelevelt. Sehr schön. Sie müsste auch ihren Level 40 Titel dann haben, oder? Wobei ich nicht wüsste, welcher es ist. Keiner sticht raus. Aber... Regal ist Level 40. Gewonnen am letzten Mal. Äh, strategischer Kämpfer, der keine Zeit verschwendet. Wahre Kampfkunst ist zu sehen. Wahre Kampfkunst ist zu sehen. War auch ein schwerer Satz, ne? Total. So. Bitteschön. Ähm, Hund. Das hier ist Putschi. Putschi, Putschi. Hörten wir nicht schon mal ein Putschi? Hm. Hallo, Lady. Dankeschön, war eure Birne. Geil. Ihr geht zur Flanoirpraxis, oder? Seid ihr krank? Ihr seht aber eigentlich ganz gesund aus. Oder wolltet ihr euch die Schneeskulpturen ansehen? Die sind ziemlich gut. Es muss doch diesen, diesen einen Grund dafür geben, dass ihr an einen so kalten Ort gekommen seid. Es muss einen Grund geben. Alles in Ordnung? Äh. Bitte halten Sie durch. Tut mir leid. Offenbar wurde ich von böser Energie getroffen. Böse Energie? Seid ihr zufällig im Besitz von Waffen der Finsternis? Waffen der Finsternis? Das Auge der Finsternis, das ihr besitzt, ist eine Waffe der Finsternis. Wer bist du? Ich bitte um Verzeihung. Ich heiße Abysson. Ich bin der letzte Überlebende in einer Familie von Dämonenjägern. Ich heiße Lloyd. Ich befinde mich mit einer... Ich befinde mich auf einer Reise mit meinen Freunden. Was macht eine Familie von Dämonenjägern eigentlich? Naja, wir sind eine Familie und jagen Dämonen. Vor langer Zeit gab es einen Mann namens Nebelin, der versuchte, der Fäder zu erobern. Nebelin wurde schließlich von einem einzelnen Schwertkämpfer besiegt. Sein fortwährender Hass hat sich jedoch mit den neuen Waffen des Schwertkämpfers verbunden und legte so einen Fluch auf die Nachkommen des Schwertkämpfers. Oh, ziemlich schaurig. Die Familie der Dämonenjäger sind die Nachkommen des Schwertkämpfers, den Nebelin besiegt hat. Jedes Mitglied meiner Familie hat sein Leben durch den Fluch der Waffen der Finsternis verloren. Das ist ja schrecklich. Kann man denn nichts dagegen tun? Erst wenn alle neuen Waffen gesammelt und versiegelt worden sind, wird der Familienfluch auch gehoben. Also deshalb hast du uns über die Waffen der Finsternis befragt. Ja. Der Fluch breitet sich jedoch schneller aus, als ich erwartet habe. Und auch ich wurde von Nebelins böse Energie getroffen. Ich glaube, in meiner derzeitige Verfassung wird es schwer für mich, die Waffen der Finsternis zu suchen. Wir sollten ihm helfen, Leute. Ja, immerhin besitzen wir schon einen Mantel davon. Lass uns die restlichen Waffen zusammensuchen. Bist du sicher? Du solltest die Aufgabe nicht unterschätzen. Zwergenregel Nummer zwei. Weise niemanden zurück, der deine Hilfe benötigt. Dann nimm bitte dieses Schwert und diesen Schlüssel an dich. Die Waffen der Finsternis tragen den Willen von Nebelin in sich und reagieren aufeinander. Wenn dieses Schwert reagiert, sind sicherlich Waffen der Finsternis in der Nähe. Sobald ihr alle Waffen gefunden habt, kommt es nach Flanois zurück. Nebelin und Nebelins Schlüssel. Hat der Fluch der Waffen der Finsternis auch Auswirkungen auf andere außer deiner Familie? Nein, eigentlich nicht. Was ist denn, Prisea? Nein, es ist nichts. Okay, wir kommen dann bald wieder, Abysion. Danke, stehe tief in eurer Schuld. So, mit diesem Schlüssel bekommen wir auch endlich die schwarze Kiste auf im Wald, im Gaurachia-Wald. Da werden wir also auch noch hingehen. Aber erst mal gucken wir uns die Stadt hier an und quatschen die Frauen an. Ananas-Kill. Uh, Ananas-Kill. Nice. Was wollt ihr denn bloß an so einem eisigen Ort? Seid ihr aus einem bestimmten Grund hier? Bestimmt wegen der Schneeskulpturen, stimmt's? Naja, eigentlich wegen dem Schlüssel da draußen, den wir bekommen haben eben. An so kalten Tagen ist ein heißer Tee das einzig wahre. Du, Janice, bring mir bei, mit dem Kendama zu kämpfen. Hä? Dir? Erzähl mir nicht, dass du auch mit einem Kendama kämpfen willst. Ah, nee, das nicht. Aber es sieht so spaßig aus, daher. Ich werde es dir gerne zeigen, aber ich bezweifle, dass du damit umgehen kannst. Nee, mach das nicht über mich lustig. Ich werde jetzt schon zeigen, was meine durch Zwergen tränen in geschulten Hände können. Hier! Hier! Au! Ganz schön schwer. Jetzt habe ich mir gedacht. Ich wusste, dass es zu schwer für dich ist, Leute. Hm? Was macht ihr beiden da? Kendama, das ist vielleicht schwer. Geh mir mal. Lass mich mal probieren. Hier! Hier! Ah, Mist, das sollte es aber nicht sein. Was macht ihr da? Hey, lass mich auch mal. Oh, ah, das ist seltsam. Niemand von euch kann damit umgehen. Was geht mal her? Hier! Oh, ups! Okay. Wer hat mir gerade das in den Kopf geschmissen? Er rette bei euer Leben! Ah, ja. Kinder, ihr müsst aufpassen, wer mit euren Waffen spielt. Das könnte gefährlich werden. Jo, das ist Seegras. Cool. Willkommen. Wenn sie was brauchen, sagen sie mir Bescheid. Okay. Ich brauche cool Dinge. Hier gibt es bestimmt einen Wunderkoch. Das ist ein neuer Start. Es muss einen Wunderkoch geben. Du musst einfach hinreißen. Jetzt muss ich Trust gehen. Der Elementargeist des Eis ist angeblich im Südenleben. Ja, nein. Erst Gnome. Erst Zeitquest, dann Gnome und dann Eis Elementargeist. Eins nach dem anderen. Niedliches und starkes Band. Das Band steht dir gut? Steht mir gut? Ja, es sieht niedlich aus. Ist das ein Kompliment? Sicher. Danke. Du findest das doch auch nicht, wahr, Jeans? Natürlich. Das Band wird jedes Monster von einem Angriff abhalten. Äh, Peseo? Ach, Jeans. Ich glaube nicht, dass die Monster denken, oh, das ist eine niedliche Schleife. Jetzt greife ich sie nicht mehr an. Dieser Stuhl? Nein. Oh, ich dachte, das wäre der Wunderkoch. Aber er war nicht auffällig genug. Ich werde dich finden, Wunderkoch. Verlass dich drauf. Ich habe keine Ahnung, wo er ist. Aber bisher war in jeder Stadt einer. Von daher suchen wir einfach. Hey du, hast du den Wunderkoch gesehen? Die Höhlen, in denen er der Metallgeist Eises hausen soll, liegen südlich der Stadt. Da muss es noch kälter sein als hier. Okay. Zeit lässt sich nicht zurückdrehen. Ich wurde tatsächlich von der Zeit vergessen. Wer wird mir meine Zeit zurückgeben? Ich will zurück. Oh, Berser. Oh mein Gott. Hm. Die Schnee-Sukripturen sind dieses Jahr besonders beeindruckend. Aha. Wenn der Einfluss der Metallgeist dazu führt, dass es schneit, muss es irgendwo eine Wüste geben, die auf dieselbe Art entstanden ist. Oh ja, in Silverant. Das ist der Wunderkoch. Wunderkoch. Pac-Man. Wow, Pac-Man. Okay, was haben wir hier? Yeti. Cool. Oh, ist das ein Waffenshop? Hello. Anpassungsdienst. Oh. Okay. Das ist relativ enttäuschend. Das haben wir nämlich alles schon. Das haben wir noch nicht. Na komm, Vaginas. Rain. Joa. Na, immerhin. Ausrüstung. Wow, die hat echt viel gebracht. Ich wollte mal gucken, wie viel besser das ist. Na gut. Immerhin ein bisschen was. Lächle und vergebe. Danke für's her. Wofür? Dafür, dass du mich gerettet hast. Aber es war meine Schuld, dass du entführt wurdest. Also. Nein, das war nicht, das war es nicht. Es war nur deine Schuld. Du darfst dir darüber keine Sorgen machen, okay? Ich wäre gerne so wie du. Hm? Ich wäre gerne jemand, der lächeln und vergeben kann. Oh, bisher. Mein Herz. Meine Freundin ist schon wieder sauer. Sie mag die Yeti-Kralle nicht, die ich ihr geschenkt habe. Ob sie eine Ahnung hat, wie schwer es war, die Yeti-Kralle aufzutreiben? Naja, vielleicht mag sie einfach keine Yeti-Krallen. Vielleicht kennst du deine Freundin nicht gut genug. Ah, ich habe nichts zu tun. Ich wünsche, ich wäre so beschäftigt früher. Oh, ich glaube, hier kommt aber eine richtig krasse, teure, coole... Ja. Amulette kaufen. Oh. Ich erinnere mich an die beiden Dinger hier. Ich bin verleitet, sie zu kaufen. Wir können es uns sogar leisten. Aber ich möchte eigentlich noch andere Dinge kaufen. Nein, erst mal nicht. Ich komme wieder. Merkt ihr das? Ich komme wieder. So geht es hier oben wieder. Oh mein Gott. Die Stadt ist zu groß. Ich verdiene den Überblick. Finsternis. Fällt sie aus Tränen? Papa sagt, die ist gefährlich. Man soll sie nicht anfassen. Mhm. Ganz gleich, was geschehen ist. Rettung ist immer möglich. Wenn dein Herz schwer ist, bleich dir im Tempel. Von der Aussichtsterrasse hat man einen schönen Blick über die Stadt. Das Panorama der Stadt wird seinem Ruf wirklich gerecht. Äh. Oh ja. Schön, schön. So. Gleich hat sich der Wunderkoch in der Kirche versteckt. Hm. Moment. Was ist was, 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 was ist das da hinten? Ha. Was ist das? Ich bin der geheimnisvolle Wunderkoch. Ich fange euch ein Rezept bei, dessen Aromen perfekt ausgewogen sind. Chavannboschi. Ja, wenn man es ausspricht. Chavann? 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 Keine Ahnung. Man nehme Ei und eine Art von Fleisch. Nehmt wohl. Ei und Fleisch, ich glaube, das haben wir. Ja, Rain, wir haben was Neues für dich zum Kochen. Äh, halt das Team von Flüchen. Wir brauchen mehr Eier. Wir haben nur noch vier Eier. Das geht nicht. Hello. Item. Dankeschön. Der Tempel dieser Stadt ist wunderschön. Er hat ein ganz anderes Flair als der Haupttempel in Meltokyo. Was ist das wahr? Apfelgel. Dies ist die Flauen Noir, niederlassend in der Kirche von Mattel. Joa. Sonst noch was? Nö. Okay, ich wollte eigentlich ultra viel machen an diesen Parten. Wir schaffen es nicht mal, die eine Stadt zu erkunden. Das ist schon... Schon krass. Okay. So, da waren wir, da waren wir. Hi. Dich kennen wir noch nicht. Pech, weil mein Freund... Oh. Wir laufen in dieser Gegend, tragen alle mit Pinguin-Federn gefüllte Jacken. Pinguin-Federn halten warm, egal wie kalt es ist. Praktisch, praktisch. Ah, Moment. Moment, Moment, ist da ein Hundi? Aha. Oh, Penny, ist der so süß? Okay. Wollt ihr das Gemüse gefällig? Oh, oh. Und Flanoa-Trank. Brauchen wir den? Wir kaufen mal einen. Vielleicht brauchen wir ihn irgendwann. So. Zwiebel. Reis. Pasta. Fertig kommen wir eh nicht mehr. Oh. Rote Satei fürs Curry. Schwarze Satei für Ramen. Okay. Das war komisches Gemüse übrigens teilweise. Hm. Wo spielst du mit mir? An welchem Punkt es wohl aufhört, sich kalt anzufühlen? Oh je, vielleicht solltest du reingehen. Es ist kalt, aber noch nicht so richtig kalt. Vielleicht bist du auch schon komplett runtergefroren und merkst das gar nicht. Ah, das war die Arztpraxis, oder? Stehen schon Schlange hier, die Leute. Hello. Jetzt hat auch Erkältestütz. Weißt alle, meine Patienten leiden unter Erkältung. Warum nur? Vielleicht, weil es hier so kalt ist? Ja, Wundergehe. Wir warten darauf, den Arzt zu sehen. Wir haben ja auch einen Termin, was wir auf hinten an. Okay. Wir gehen einfach. Mein Gott, der Stadt ist zu groß. Hey, Entschuldigung. Ja, für zufällig Celsius Träne. Celsius Träne? Was ist das denn? Celsius Träne ist eine berühmte Eisblume in Flanoir. Sie hat die geheimnisvolle Macht, alles zu Eis erstarren zu lassen. Zu Eis erstarren lassen. So, das habe ich auch noch nie gehört. Ach so, wenn ihr sie findet, sagt mir bitte Bescheid. Ich zahle jeden Preis. Okay. Und seid vorsichtig, wenn ihr Celsius Träne anfasst. Bei direkter Verbrührung, äh, Verbrührung, haha, Berührung, er leitet schwere Verbrennungen. Wie sollen wir sie denn dann pflücken? Es passiert nichts, wenn ihr sie mit Pinguin-Handschuhen berührt. Fragt den alten Mann im Zubehörladen-Schniewitzchen danach. Ha. Ja. Celsius Träne ist eine Blume, die in den Eishöhlen wächst. Okay. Ich mache das mal, weil ich garantiere euch, bis wir hier hinkommen und das machen müssen, habe ich es vergessen. So. Zubehörladen, das war hier, oder? Hi, ich will Pinguin-Handschuhe. Hm? Ihr fragt noch Pinguin-Handschuhe und Pinguin-Handschuhe sind schöne, warme Handschuhe aus den Federn der Pinguinisten, die in den Eishöhlen hausen. Na, lasst mal sehen. Wenn ihr drei Pinguin-Federn hättet, könnte ich euch ein paar machen. Oh. Okay. Dann halt nicht. Wir brauchen alle drei Pinguin-Feder. Merken wir uns. Hat noch Zeit. Eis-Dungeon später. So. Ich glaube, hier schließt sich der Kreis. Jawohl. Hier schließt sich der Kreis. Wir sind durch die Stadt durch. Wunderbar. Beim nächsten Mal erkunden wir die nächste Stadt. Und holen die Waffe der Fensternis. Und ganz viele andere Dinge. Also dann. Ciao, ciao.